Das KMA Ultravent der KMA Umwelttechnik GmbH ist ein Abluftfiltersystem mit hocheffizienter Wärmerückgewinnungsanlage. Das ist für alle Unternehmen interessant, die Druckgießanlagen nutzen oder Druckgießanlagen herstellen. Das Besondere ist, erstens, dass die Abluft an der Emissionsquelle durch eine Haube komplett erfasst und zur Filteranlage weitergeleitet wird. So werden die Emissionsgrenzwerte der neuen TRGS für alveolgängige Stäube unter 0,25 mg eingehalten und gleichzeitig die Vorgaben der NEEV 2014 erfüllt. Zweitens, durch die Wärmerückgewinnung mit Hilfe des neu integrierten Wärmerückgewinnungssystems wird die Luft erwärmt, was eine Energieeinsparung bis zu 80% zur Folge hat, da Heizkosten entfallen. Und drittens, auch die Kühlung der Luft und damit verbundene Energieeinsparungen sind möglich. Zur Steigerung der Energieeffizienz bei Betrieben, die ausschließlich Außenluft einleiten, wurde das Wärmerückgewinnungssystem im Abluftfiltersystem integriert. Die Luft wird also komplett nach außen geleitet und die einströmende Außenluft wird mit Hilfe von Wärmetauschern und Pumpen umweltschonend und kostensparend erwärmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017